Jetzt willkommen zu diesem Infovideo Der Flasmo hat euch was zu sagen Und zwar, hallo erstmal Und zwar sind wir gleich live auf twitch.tv slash trondos und slash flasmo Wenn ihr zugucken wollt schaut vorbei Link ist in der Videodescription oder wie man das nennt, in der Videobeschreibung unten verlinkt, mein Kanal sowie Trondos sein Kanal und dann sehen wir uns gleich auf Tavitsch, tüdelü Ja, da rein